So, bevor das eigentliche Video anfängt, eine ganz kurze Info an alle Kanalmitglieder, an alle Leute, die schon Kanalmitglieder geworden sind. Erst einmal vielen Dank dafür, dass so zahlreich die Leute schon abonniert haben. Ich habe es jetzt noch nicht alle erreicht, aber wenn ihr Kanalmitglied geworden seid, dann müsst ihr mich mal bitte auf Instagram oder auch per E-Mail kontaktieren, weil ich ja eure Handynummer brauche, damit ich euch in die anderen World Swords App Gruppe einladen kann. Die wird übrigens nächste Woche gegründet. Und ich bräuchte auch eure Adresse, damit ich euch die Member Card zuschicken kann. Die ist jetzt fertig designt und ich muss jetzt mir überlegen, im nächsten Schritt, wie ich sie produziere. Das heißt, Member Card wird noch ein bisschen dauern, aber wenn ihr das beides in Anspruch nehmen wollt, brauche ich natürlich auch eure Daten. Deswegen kontaktiert mich bitte, falls ihr Kanalmitglied geworden seid oder werden wollt. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, willkommen zu diesem Sondervideo, sage ich mal, Breaking News Video. Ich meinte ja mal vor langer Zeit, dass bei meinen anderen Crimes-Episoden, wenn dort es eine neue Entwicklung gibt oder was auch immer, irgendetwas, was den Fall betrifft, dass ich dann nochmal ein neues Video aufnehme. Und das ist jetzt mal wieder der Fall. Wir können uns ja alle noch an den Fall Georgina Krüger erinnern, das Mädchen, was, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, 10, 14 Jahre vermisst war in Berlin und Umland. Dann habe ich ein Video darüber gemacht und irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später hat sich der Täter gestellt oder er wurde festgenommen. Es war der Nachbar, der irgendwie drei Häuser daneben gewohnt hat. Da habe ich ja dann auch ein Sondervideo drüber gemacht. Ja, und jetzt tatsächlich am Montag, glaube ich, kam die Meldung rein. Ich habe auch ganz viele Kommentare seitdem bekommen. Ist der Fall Jens Söhring gelöst? Jetzt habe ich, ich habe es hier gerade noch offen, am 10. Februar 2019 habe ich darüber ein Video gemacht, knapp 20.000 Aufrufe, ein Mann namens Jens Söhring, der vor, ich glaube, 34 Jahren in Amerika einen Doppelmord gestanden hat, um seine Freundin zu schützen, weil er Sohn eines Botschafters war und dachte, er hätte Strafminderung oder Straffreiheit, was auch immer, Immunität. Ja, und dann kam er lebenslang ins Gefängnis oder mehrmals lebenslänglich, ist dann zwischendurch auch abgehauen mit seiner Freundin, ist dann wieder zurück und, also ihr könnt euch das Video mal angucken, da werde ich den ganzen Fall erklären. Auf jeden Fall ist er unschuldig. Er hat das halt nur gestanden, weil er die Todesstrafe seiner Freundin verhindern wollte und jetzt wurden aber dann, im Endeffekt wurden dann beide einfach verurteilt zu mehrmals lebenslänglich, dann hat er im Gefängnis gesagt, er war es gar nicht, er wollte nur seine Freundin decken, aber dann hat ihm keiner mehr geglaubt und die Gerichte in, ich glaube in, wo war das in Arizona oder in Virginia, ich glaube in Virginia, die hat das dann auch nicht mehr wirklich so interessiert und ja, dann saß er 34 Jahre und schuldig im Gefängnis, es gab damals auch noch keine DNA-Probe, die kam dann zwischen, zwischenzeitlich wurde dann dieses Verfahren mit DNA-Proben erfunden, sag ich mal, oder entwickelt, da wurde dann festgestellt, dass seine DNA gar nicht oder seine DNS gar nicht am Tatort ist, er kann nur unschuldig sein, aber es hat weiterhin niemanden interessiert in der amerikanischen Justiz. Ja und jetzt, nach 34 Jahren Unschuld im Gefängnis, kam eine komplett überraschende Wendung und zwar wurde er nicht begnadigt, aber er wurde aus dem Gefängnis jetzt freigelassen, wird nach Deutschland abgeschoben und hat Wiedereinreiseverbot, eine Wiedereinreisesperre in Amerika. Das heißt, was denn die, was die Deutschen dann mit ihm machen, das steht natürlich noch mal auf einem anderen Blatt geschrieben, aber er wird, ich denke nicht, dass er für diese Tat noch mal einen Tag seines Lebens hinter Gittern verbringen wird in Deutschland, das steht außer Frage, allein schon, weil er die deutsche Gefängnisstrafe schon doppelt abgesessen hat und die deutsche Justiz und auch die deutsche, ich sag mal, Judikative, die Gerichte und der Staatsanwalt und so weiter, die werden ja auch, die, also die sind, ich sag mal so, die sind ein bisschen anders als die amerikanischen, ich sag mal, ich würde mal sagen, gewissenhafter und mehr den Fakten bezogen, trockener, unemotionaler und die sehen ja auch, dass seine DNA nicht am Tatort ist. Deutschland hat ja auch mehrmals schon Anträge auf Begnadigung und Überstellung nach Deutschland gestellt gehabt in den letzten Jahrzehnten, aber es wurde immer wieder abgelehnt. Also ich gehe von aus, in Deutschland wird er einfach frei gelassen, frei sein dann und kann endlich nach 34 Jahren sein Leben weiterführen. Er ist damals als extrem junger Mann ins Gefängnis gekommen, als Student und hat die letzten 34 Jahre im Prinzip ja nicht verpasst. Er wurde, glaube ich, er war immer sehr gut connected mit der Außenwelt über seine, auch über seine Unterstützer und so, hat mehrmals telefoniert pro Woche und so weiter. Und ja, finde ich interessant, ich mache ein Video darüber und ein knappes Dreivierteljahr später wird er nach 34 Jahren wieder freigelassen. Also ich will mir das natürlich, ich will mir das natürlich alles nicht anrechnen, ich habe eventuell schon einen Beitrag dazu geleistet, denn sein Fall ist doch mehr oder weniger dann auch ein bisschen in Vergessenheit geraten bei vielen, viele Medien haben nicht darüber berichtet. Aber ich habe damals 2012, hat mir ein Kommilitone in der Uni darüber erzählt und seitdem habe ich den Fall auch verfolgt und auch die Facebook-Seite, die seine Freilassung fordert quasi. Ja, und im Februar hatte ich dann ein Video darüber gemacht und nun ist der Case closed, sage ich mal. Er wird, ja, es ist noch nicht genau klar wann, aber er wird nach Deutschland überführt. Und wird dann zu 99% auch in Deutschland frei sein und kann, ja, sein Leben dann wieder aufkrempeln, sage ich mal. Seine Freundin wurde auch freigelassen, die er decken wollte, die wird nach Kanada abgeschoben. Das verstehe ich allerdings auch nicht so ganz, weil ich bin der Meinung, ich kann mich erinnern, dass sie doch mehr oder weniger schon etwas mehr verwickelt war in diesem Mord. Aber ich glaube auch, dass sie mit diesen 34 Jahren wahrscheinlich auch diese Strafe hat, denn mehr als zu Genüge abgesessen hat. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Denke ich mal, das war auch eine wichtige Information für alle anderen Crimes-Verfolger, dass jetzt dieser Case closed ist, sage ich mal. Was er jetzt für Pläne in Deutschland hat und wie es jetzt mit ihm weitergeht, ich denke mal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also er, logischerweise jemand, der jahrzehntelang im Knast saß, der will, der muss erstmal wieder gucken, ob der überhaupt klarkommt in der echten Welt. Man kennt es ja von vielen Filmen, wie die verurteilt, wo die Leute nach 50, 60 Jahren aus dem Gefängnis kommen und mit dieser Welt nicht mehr leben können, weil zu viel sich verändert hat und sie auch in diesem Alter nicht mehr mitkommen mit der Zeit. Deswegen muss er jetzt langsam wieder, ich sag mal, resozialisiert in die Gesellschaft eingeliedert werden. Er muss mit deren Technologie klarkommen. Ich weiß gar nicht, ob er einen Job braucht oder ob er jetzt Opferrente bekommt oder wie das abläuft. Auf jeden Fall schreibt er wohl gerne Bücher. Ich denke mal, er wird in diese Richtung dann auch gehen, beruflich. Er möchte, ich glaube, er hatte gesagt, er will auch erstmal wieder, er möchte mal einen Wald sehen. Er möchte die Natur wieder erleben. Er will mal joggen gehen und nicht nur die ganze Zeit im Kreis laufen. Ich denke mal, da ist jeder, der nach Jahrzehnten aus dem Gefängnis kommt, etwas gleich gepolt, was die Anforderungen angeht. Ich gehe auch mal voll aus, dass man auch nach so langer Zeit mal wieder den Kontakt zu anderen Menschen und vor allen Dingen auch den körperlichen oder auch den zwischenmenschlichen Kontakt einfach zu einer Frau sucht, wenn man das 34 Jahre nicht hatte. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh über die Entwicklung. Ich werde das jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen, wann er wieder in Deutschland ist und wie es dann weitergeht, weil ich ja jetzt auch einfach seit sieben Jahren diesen Fall beobachte. Deswegen ist er mir natürlich auch relativ wichtig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns Samstag wieder. Das ist natürlich jetzt kein Ersatz für die Samstagsepisode gewesen. Wir sehen uns Samstag wieder zu einer neuen Folge Anon Worlds. Samstag geht es richtig hoch her, kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen.